Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Messiah Might and Magic. Oh, was haben wir denn hier? Opfer! Fängt ja schon gut an, der... Die Folge fängt gerade an. Und ich bin schon fröhlich dabei zu töten. Oster. Überall sind Goblins. Sehe ich nicht so. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich finde eher, du stirbst. Tut's weh? Hoppala, jetzt brennst du. No. Okay, kurz überlegen. Ne, Moment, da kann ich... Ja, nicht zurück, da war ja ein ganz anderes Level. Warum bin ich denn dann zurückgegangen, wo die ganzen Goblins sind? Warum sind dann hier... Da ist ja schon wieder einer. Wer stirbt? Hoppala. Tot's weh! Okay, der Tritt hat ihn umgebracht. Sollte ich denn aufhören? Vielleicht habe ich ja nicht gerade vorgehabt, umgebracht zu werden. Ich habe den anderen mit einem anderen von der Klippe getreten. Das ist auch geil. Ich habe mir Sorgen für ein bisschen Tod und Zerstörung. Jetzt muss ich natürlich nur finden, wo der Aufzug ist. Dämlich ein Goblins hier. Ich frage mich nur immer... Immer wieder eigentlich, warum Goblins mit Orks assoziiert werden. Das sind ja eigentlich ganz andere. Ich habe auch schon Spiele gesehen der Art, die haben... Äh, Goblins mehr wie so ein... Wie soll man sagen am besten? Wie so ein Bergvölkchen oder so dargestellt. Und andere halt die Orks. Und die Goblins dann eher wie so Stämme oder sowas. Wie so... Weiß ich nicht. Kleine Barbaren. Deswegen sind die vielleicht auch nicht gerade hier so ernst zu nehmen. Weil die halt eher so kleinen... Also Goblins sind ja eigentlich immer schwach. Ich kenne, glaube ich, kein Spiel, in dem Goblins irgendwie eine Herausforderung darstellen. Verständlicherweise muss man dazu sagen. Weil es muss ja in jedem Fantasy-Setting irgendwie immer schwächere Feinde geben, sage ich jetzt mal. Moment, nicht, dass ich mich jetzt gerade vertone. Nicht, dass ich jetzt gerade doch zurück muss. In den verdammten Tempel hier muss ich. So, hier habe ich ja soweit alles gemacht. Hier sind die Toten Orks und so weiter und so fort. Ich würde sagen, hier lang. Ich meine aber hier... Ne, vielleicht muss ich ja hier oben lang. Im Ursprungshaus, wo ich war. Da war ja auch irgendwas mit Leichen. Wo doch hier die Dingens... Bekloppte meinte. Hier stinkt es ja nach Leichen. Oder nach Verwesung. Komm, Sagat. Ausdauer. Mehr Ausdauer haben. Du bist schließlich... Äh... Frischer Knoblauch. Ja, du bist schließlich... Etwas... Nicht jetzt unbedingt in... Ach du Scheiße. Okay, wir haben Besuch. Dann mal hier rein. Wasser. Keine Lust, vergiftet zu werden... Vergiftet zu werden, sag ich. Nächste Augen, bis der coolste da oben war. Ja, eigentlich brauche ich den Nachtsicht-Zauberdraht. Also wäre es sehr cool, wenn der nicht ausgehen würde. Während meiner Combat-Phase hier. So. Der Stab, wie ihr gerade ja selber seht, ist unglaublich effektiv gegen die Spinnen. Was ich immer hasse, ist, dass man so schnell den Überblick verliert. Macht doch nicht immer aus! Hol das Knöchchen. Knöchchen ist kein Wort, aber... Oh, Gegend gilt. Cool. Ist mir gerade egal. Okay, Vernichtung! Wasser. Hallo? Oh, Sch... Hm, hm. Sich da reindroppen lassen war also nicht die coolste Idee überhaupt. Und... Raus hier! Ja! Da ist was, was mich interessiert! Ja, komm... Das ist nicht sehr nett. Wenn ich das mal so anmerken darf. Das ist echt nicht nett. Okay. Nächster Plan. Vielleicht funktioniert das hier. Ähm... Wohlgemerkt nur eventuell. Nicht das war's! Ich will die Plattenrüstung! Ich besitze ja, glaube ich, keine Plattenrüstung. Ich besitze ja, glaube ich, nur, äh... Gar keine, eigentlich. Eigentlich renne ich die ganze Zeit nur in so einem scheiß Lederding rund. Moment, 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 Moment! Haha! Da ist der Plattenpanzer... Zähigkeit! Wo ist denn... Dafür brauche ich... Zwei Punkte noch! Weil ich brauche definitiv bessere Rüstung, also... Mal sehen, was haben wir denn da noch? Das nehme ich... Auch... Meins... Ja gut, ne. Das ist mir zu riskant. Könnt eure Ware behalten. Jetzt weiß ich allerdings immer noch nicht so genau, wo ich hin muss. Ich muss anscheinend echt zurück. Ich meine, da war ja eine Stille mit Aufzügen. So ist das ja nicht, ne. Ne, hier war ja nur die Schmiede. Ja, dann muss ich wohl zurück. Super. Und Sarit kollabiert direkt wieder. Na gut. Wenn es halt nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders. Back to the roots. Es ist echt schade, dass der... ...dass der Stab kein Licht von sich gibt. So halt Feuer Mage Licht. Weil es ist ja schon ein ziemlich cooler Stab und so, aber der müsste halt noch dieses Feature haben, dass er alles hell macht. Dann wäre das so die ultimative... ...waffe des Begehrens für eigentlich jeden, inklusive so Krieger, Mage. Weiß ich nicht. Alle anderen, die sowas haben wollen. Hier ist ja nichts. Hier dachte ich ja immer erst, als wäre ein Aufzug. Ja, dementsprechend weiter. Mobilisieren. Moving out. Back to the roots. Ja, jetzt wo hier so keine Gegner mehr sind, ist es schon vergleichsweise dann doch so sehr still, ja. Kein Gegner. Ich habe alle getötet. Jeden Goblin. Jeden Org. So. Tempel der Spinne. Zurück. Warum auch immer er mir jetzt da oben links anzeigt. Tempel der Spinne. Ich meine, das hat er noch nie vorher gemacht, aber... Gut. Was weiß ich schon? Oh, okay. Ja, dafür kriegt man dann einen Fertigkeitspunkt. Schick. Wahrscheinlich sind es hier eine Haufweise Goblins oder ähnliches Getier. Oh, da bricht wieder ein Zyklop aus der Wand. Nein. Tempel ist so leer. Ich vertraue der Sache irgendwie nicht. Du wirfst mich mit Zeug. Du bist ja auch ein bisschen dreist. Aber gut, wenn ein Goblin hier ist, ist es nie einer. Es sind immer mehrere. Da sind hier bestimmt noch woanders Goblins. Ich sage bald gar nichts mehr. Keine Goblins. Hier ist immer noch der Party-Saal. Ich bin der beste Held. Auf dieser Welt. Was war denn jetzt eigentlich noch mal mein eigentliches Ziel? Zu einem Aufzug gehen. Oh, das war ein Clipping-Fehler. Hier war ich noch nicht, aber die ist auch abgeschlossen. Da liegt ein Zombie. Da liegt die Kette. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Geil. Ich kann mich nicht entsinnt, dass ich hier mal so Schwierigkeiten hatte. Das ist aber eine schöne Urne. Also dann doch wieder hierhin. Ich bin alt. Ich brauche Pause. Na gut, Leute. An der Stelle werde ich diesen Part erst mal wenden. Beim nächsten Mal weiß ich dann wieder, wo es hingeht. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschau.